Mensch Onkel, das hört ja ja nicht auf. Tomaten fliegen in der Haus, der Ultraschallreiniger in der Haus. Wow, ganz schön Zweck dieser Deckel. Onkel, gib doch nicht so an. Das nächste Teesie, guck mal. Das eine habe ich gerade in den Gulasch gepackt und das nächste ist schon in der Haus. Na bitte. Oh Mann. Oh, alles bewegt sich, alles wackelt. Was ist denn das? Da ist ein Ultraschallreiniger. Ich möchte gerne klare Sicht haben, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Macht alles sauber. Oh, das Silber, das Tapelsilber. Da musst du nicht mehr so viel putzen, Onkel. Nicht mehr so viel putzen? Ja Mann, weniger putzen, mehr leben. Na den Rest kennt ihr euch ja. Ich mache einen Probelauf und ihr seid da dabei.